Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein extrem cooles Video für euch, denn ihr könnt etwas gewinnen und zwar richtig viele von euch. Insgesamt um die 350 Menschen, glaube ich sogar. Und wir können alle zusammen ins Kino gehen und einen Film anschauen. Ich habe nämlich mit noch ein paar anderen ziemlich coolen YouTubern die Möglichkeit bekommen von Fox, dass wir eine Preview von dem neuen Film Love, Simon machen dürfen. Und wir einfach mega viele Leute einladen dürfen, die mit uns den Film schauen. Und Leute, wie cool ist das denn? Ich freue mich schon mega. Die anderen Leute, die dabei sind, die kennt ihr mit Sicherheit auch. Und zwar sind es einmal Cha, Alicia, David und Nico. Ich verlinke die Kanäle auch alle in der Infobox. Ja, die vier sind auch dabei und verlosen auch Karten quasi für den Film und beziehungsweise für diese Preview. Und ich freue mich schon mega, weil ich kann euch kennenlernen, also natürlich nicht alle, aber sehr viele von euch. Und jetzt kommen wir mal zum spaßigen Teil dieses Videos und zwar, wie könnt ihr mitmachen beziehungsweise gewinnen? Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass ihr am 5. Mai, also schon sehr, sehr bald, nächste Woche Samstag, um genau zu sein, Zeit habt und zwar um die Nachmittagszeit herum, so ungefähr 17 Uhr herum. Und das Ganze wird in einem Kino in Frankfurt sein, also Frankfurt am Main. Und ja, das müsste halt so die Voraussetzung sein, dass ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, hinzukommen etc. Aber wenn das bei euch hinhaut, dann steht der ganzen Sache fast nichts mehr im Wege. Ihr müsst nur noch unter dieses Video bis zum 1. Mai, also kommenden Dienstag glaube ich ist das, so 12 Uhr mittags, bis dahin geht das Gewinnspiel. Und bis dahin müsst ihr mir einen Kommentar unter dieses Video schreiben, einfach mit, ja, ich würde voll gern kommen oder ich möchte mitmachen oder irgendwie sowas, dass ich halt einfach weiß, dass ihr mitmacht. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass ihr regelmäßig, auch besonders eben am 1. Mai herum, eure Benachrichtigungen checkt, weil ich dann auf die Gewinnerkommentare antworten werde. Und daraufhin müssen wir uns dann halt so ein bisschen austauschen. Deshalb wirklich ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr nicht antwortet innerhalb von ein paar Stunden, dann muss ich die Plätze leider weiter verlosen. Tut mir leid, aber das ist leider so. Deshalb checkt fleißig euren Kommentar und eure Benachrichtigungen. Dann läuft hoffentlich nichts schief. Und außerdem habt ihr auch noch die Möglichkeit, bei mir auf Instagram mitzumachen. Auf Instagram gibt es auch quasi eine Verlosung. Ich werde dann diese, also ich darf 35 mal zwei Karten verlosen. Also es gewinnt eine Person immer zwei Karten. Wenn man alleine kommen möchte, geht es natürlich auch. Ja, und auf Instagram verlose ich auch nochmal ein paar Karten. Deswegen, ja, da könnt ihr nämlich auch fleißig mitmachen. Eine weitere Voraussetzung, um zu gewinnen, ist natürlich auch, dass ihr Abonnent meines Kanals seid, weil ich möchte das Ganze ja eben an meine Abonnenten verlosen und nicht an irgendwelche Leute, die halt einfach Bock auf den Film haben. Deshalb, ja, sollt ihr auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein und wie gesagt einen Kommentar schreiben. Und ich freue mich einfach schon so mega darauf, weil wie cool ist es bitte, wenn wir alle zusammen in einem mega Kinosaal einfach eine Vorpremiere von Love, Simon anschauen dürfen. Wie cool ist es bitte? Ich freue mich schon so hart. Und natürlich gibt es dann auch genug Möglichkeit, mit mir zu quatschen und Fotos zu machen und alles Mögliche. Wir können uns auf jeden Fall über Serien austauschen und Filme und natürlich über Love, Simon. Und das wird so cool, das wird so cool. In der Infobox findet ihr aber auch noch alle Informationen und ich habe nochmal alles aufgeschrieben. Also checkt das auf jeden Fall nochmal ab. Und ich würde mich wirklich total freuen, wenn einige von euch dabei sind, die mitmachen, weil Leute, so eine Chance gibt es nicht so oft und ich freue mich so und der Film wird so cool. Und ich freue mich schon mega. Das wird so toll. Und ich hoffe, dass ich da ganz, ganz viele von euch treffen werde, dass wir uns austauschen können und ein bisschen labern können. Und ja, das wird cool. Das wird richtig cool. Wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, mitzumachen, weil ihr nicht aus Frankfurt oder der Umgebung oder so seid, dann schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche größere Stadt bei euch in der Nähe ist, damit ich mal so einen kleinen Eindruck bekomme und weiß, wo man eventuell mal irgendwas machen könnte. Vergesst auch auf jeden Fall nicht bei mir auf Instagram vorbeizuschauen. Denn, wie gesagt, da verlose ich eben auch ein paar Karten. Und ja, da würde ich auch mitmachen an eurer Stelle. Denn doppelte Gewinnchance ist ja nicht schlecht. Wenn ihr noch hier seid, abonniert meinen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Filme, Serien und Fandoms im Allgemeinen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Tschüss! Tschüss! Tschüss!